Du Schatz, fühl mal hier. Ich glaube, ich habe Fieber. Oh Gott, 37, 2. Ich muss sofort zum Arzt. Nee, anders. Der Arzt muss zu mir. Ich kann nicht raus. Ich bin so arm dran. Mir tut echt alles weh. Ich glaube, ich muss sterben. Frau Doktor, kann ich bitte ganz, ganz starke Schmerzmittel haben? Das ist mir egal, ob das so eine ganz leichte Erkältung ist. Ich habe Schmerzen. Schatz, machst du mir Suppe? Schatz, machst du mir Tee? Schatz, schmierst du mir bitte die Brust mit diesem Aloe vera-Dings ein? Liebe Frauen, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie ihr eure Kinder auf die Welt gebracht habt? Jetzt könnt ihr euch ansatzweise vorstellen, wie es mir gerade geht. I'm telling you, wie das hat sein.